Das Promptlabor vom KI-Campus und dem Hochschulforum Digitalisierung geht in die nächste Runde. Wir werden weit über zehn kompakte Lerneinheiten in mehreren Kursmodulen für euch bereitstellen. Wir werden kurzweilige Einführungen in generative KI geben, Grundlagen und komplexe Strategien des Promptings zeigen. Wir werden spannende Nutzungsszenarien für die Vorbereitung von Lehre und natürlich auch von Prüfungen kennenlernen. Wir schauen uns das Thema Evaluation an und werden auch noch sehen, wie eigentlich Qualitätssicherung für Prompts umgesetzt werden kann. Wir blicken im Promptlabor auch über den Tellerrand von textgenerativer KI hinaus. Sie erstellen Bilder, Audio, Videos und machen Präsentationen mit KI. Begleitend zum Selbstlernkurs bietet das Hochschulforum Digitalisierung Prompt Retros an. Das sind digitale Meetings, in denen ihr euch im persönlichen Kontakt über eure Erfahrungen und Ergebnisse beim Prompten austauschen könnt. Meldet euch deshalb jetzt für den kostenlosen Online-Kurs auf dem KI-Campus an und werdet zum Prompt-Trofi. Wir sehen uns im Promptlabor. Wir sehen uns im Moment.